So, willkommen zurück bei Let's Play Spyro Reptus Rage. Ähm, ich hab jetzt den Part einfach ganz schnell gestartet, weil ich gesehen hab, dass die Filmsequenz noch da war, die hab ich ganz vergessen. Egal, das hier haben wir jetzt ja wenigstens zu 100% geschafft. Oh Gott, erst eine Welt. Puh. Also, wenn das weitergeht, dann waren die ersten 25% vom Spiel einfach ziemlich schnell. Spiro, die Energie deiner Kugeln hat den Wirbelwind aktiviert. Hm, hm. Die Flugstärke. Oh Mann. Da hab ich ja wieder was angefangen. Oh Mann. Oh, die sind ja schrecklich. So. Oh Mann. 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 Okay, aber, aber das erscheint irgendwie machbar. Was, ich hab die falsche Taste gedrückt. Mann, 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 Mann. So, ankotzen sollst du dir. Das war große Klasse, jetzt hab ich nichts von dem erwischt, was ich erwischen wollte. Wieder nicht. So. Das ist nicht gut. So. Da vorne ist die letzte Taube. Okay. Ja, aber das wird jetzt schon wieder nix, oder? Oh, ganz schwierig. Man muss da schon irgendwie am Anfang. Besser treffen. Da. So. So. Komm jetzt nochmal euch Spinne da. Hallo? Was war das denn? So. 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 Okay, so. 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 oh gott knappes ding jetzt schaue ich mich hier mal um irgendwo hier muss ja dann auch wieder die aufgabe seien höhe darf ich nicht oder gibt es hier gar keinen irgendwie läuft jetzt ja auch das zeitlimit gar nicht mehr ähm wo ist hin ich sehe hier niemanden oder gibt es hier gar keine aufgabe ich schaue mich mal ein bisschen um so jetzt habe ich es gerade gesehen ich bin gerade vorbeigeflogen hinter dem großen wasserfall da geht es rein wir haben ein kriminalitätsproblem bei der metrostrecke aber du kannst vielleicht helfen eine bande von einbrecher katzen klettert immer an den wänden hoch um ein wiederwahlbudget zu plündern würdest du mir helfen sie loszuwerden toll jeder kann die halunken von den gebäuden stoßen aber du musst die beute fangen bevor sie im kanal landet fangen die beute bevor sie landet die beute fliegt deutlich langsamer als ich dachte Okay. So neuer Versuch, ich spiele das, also es hat sich aufgehängt in diesen zwei Menüs, ihr habt es ja gesehen. Ich muss neu starten. Das hat gezählt. Vielen Dank dafür. So. Oh, 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 oh. Du hast den Halunken eine Lektion erteilt. Ja. Huiuiui. Huiuiui. Oh. So, jetzt haben wir es aber zu 100%. Ach, das hatte ich davor schon gesehen mit dem Wasserfall. Ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt wieder so lange suchen muss. Na ja, hilft nix. So. Die Skellos Einöde haben wir auch noch nicht angeschaut, oder? Glaube ich. Ich denke nicht. Was ist das denn für eine fliegende Katze? Grumpy Cat. Das sieht nicht. Hm. Ja, cool. Ja, cool. Ähm, was KP ich nicht? Okay, ne. War wohl. Wurscht. Wobei, ich stehe immer für die. Wahrscheinlich vielleicht. Okay, die Kürbisse wollte ich schon sagen. Die Kürbisse geben nichts. Okay. Okay. So weit, so gut. Oh. Schau mal einer an. Da liegen dahinter einfach welche. Ähm, reicht da der dafür? Nee. Spiro, unser Dorf wird von Lava-Echsen überrannt. Kannst du sie verjagen, bevor sie meine kleinen Freunde fressen? Ich lass die Brücke runter, damit du dort hinkommst. Ja, die die Dorfbewohner. Klar. Ja. 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 Gut gemacht, Grashüpfer. Nimm dieses glänzende, ähm, Ding als Hilfe für deine Reise. Okay. Aber dasselbe gibts nochmal in schwer. Das fand ich jetzt schon nicht so einfach. Oh, oh. Da kommen noch mehr Echsenäuer von oben. Bist du bereit für eine neue Herausforderung? Rettet die Dorfbewohner nochmal. Whoa. Genau dann mit malen Verwandtes. Mit malen Verwandtes. Ich habHI Breath. Das ist jetzt immer Vielen Dank für die erneute Hilfe, Spyro. Das verdient noch ein glänzendes Ding. Ich wollte es als Nachtlicht benutzen. Hm, ist ja gut. Wie süß. So, dann hätten wir dem seine Challenge hier doch gleich fertig. Gibt's hier dann irgendwas? Ich denke nicht, nein. Schon nur für die Herausforderung gedacht, das Gebiet hier. So, und du speicherst ja. So. 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 Den da oben haben wir gleich ausgeschalten. Acht Knochen gibt's hier. Okay. Okay. Wird dann wohl die nächste Aufgabe sein. So, auch da vorne will ich erleben. Na super. Und hier oben haben wir dann alles, glaube ich. Okay, 16 haben wir noch nicht umgebracht. Ähm... Das kann ich ganz furchtbar konzentrieren. Ich bin so traurig. Die blöden Lavakröten haben die Knochen meines Freundes gestohlen. Hilf mir, ihn zusammenzusetzen. Dann ist er wieder lustiger. Klau. Holen wir dir deine Knochen. Du wärst der Erste, dem wir nicht helfen. Du hast es durch die Einöde geschafft. Ich wusste es. Es war dumm von Gronkh, gegen einen Drachen zu wetten. Nimm diesen Talisman als Dankeschön. Ich sag danke. Ich hab keine Ahnung, wo das ist. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. so den letzten gibts mir für den da unten okay das hier haben wir aufgesprengt da liegt nichts mehr dann wieder hier rein okay das macht das ganze oh da schaut das cool aus die lava okay jetzt wissen wir wenigstens wo der ist okay jetzt ist er wieder froh an dem level aber die dinge scheinen ja eh so ne art backtrack zu sein für den anderen knochen brauchen wir aber doch noch mal den schutzschild oder so ja nun aber okay okay na da oben wäre es weitergegangen verdammt sind wir mal wieder gestorben das müssen wir neu machen okay ich kann das punkte halten okay so jetzt aber so dann wollen wir hier kurz nochmal backtracken ist er wieder am anfang wir sollten weniger sterben ich merke schon sagt er und dann so ne nummer sagt er und dann so ne nummer kommt er und dann so ne nummer da komm ich da hoch 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 oh das müssen wir da jetzt echt hier Okay. Ah, dann wollen wir uns hier mal diese, genau, schnappen. Aber uns fehlen irgendwie immer noch Knochen, oder? Ah, schauen wir mal an, da oben. Ah, wir haben alle. Okay. Jetzt kann ich meinen Freund wieder zusammensetzen. Nimm dies als Zeichen meines Danks. Eine Fee hat es mir vor einer Weile gegeben. Gib mir deinen Glitzerstein. Wunderbar. Da lebt er wieder seinen Kumpel. Ich bin leicht verstört. Find den Tanz nämlich ganz furchtbar. So, dann bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Hm. 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 Nichts passiert. Also ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part wieder von Spyro Riptos Rage. Macht's gut. Macht's gut. Bis dahin. Und ciao. Ciao. Ciao.